Unser Hotel Sim in Santa Vata. Von dort ging es morgens um 8 Uhr mit dem Bus zum Ausflugsziel den Fluss Palomino, welcher in den Atlantik bindet, für 30 Euro pro Person. Das ist die Fluss Platt und ich habe es mir geholfen. Das ist die Fluss Platt und ich habe es mir geholfen. Das ist die Fluss. Nach ca. einer Stunde Busfahrt stoppen wir zum Frühstück an einem Straßenrestaurant. Von dort ging es dann weiter zu einer Naturaussichtsplattform, welche einen herrlichen Blick auf den riesigen Ozean namens Atlantik öffnete. Beide nach. Irgendwie so, ja. Und zum dritten Mal bestiegen wir den Bus, um an unser eigentliches Ziel, den Fluss Palomino zu gelangen. Auf diese, so werdet ihr in den kommenden Bildern sehen, triebeln wir mit dem Schlauch Richtung Ozean. Ich werde sowieso gleich jetzt mal meine Kamera auf wasserdicht umrüsten. Wir werden den Fluss runtertreiben. Die Frage ist, ob wir unsere Rucksäcke hier lassen können. Wie denn? Entschuldigung? Hat er den ganzen Weg wieder nach oben? Nee, auch wieder nicht. Ich habe mir gefragt, ob wir so einen Bus lassen können. Aber irgendwie war das nicht wirklich. Nee. Wir hätten einen Wasserrucksack haben müssen. Hätten wir einfach haben müssen. Das ist unser Fehler. Das ist unsere Dummheit. Das ist ja absolut schlimm. Das ist unsere Dummheit. Jetzt kommt der Höhepunkt der Tour, nämlich mir selber. Sag mal, warum muss ich als Treib-Probie Rehals? Ich hab's ja ahnt, mein Arsch bleibt. So, jetzt treiben wir nach Santa Marta runter. Wenn die Krokodile ein bisschen intelligent sind, dann warten sie doch da auf die Flüßmannung, auf die fetten Leute, auf das fette Futter, was einfach angeschwommen kommt und nicht gerade schnell. Ohne Scheiß, wir sind doch schwimmende Futter. Unbeweglich, fein, kalorienreich. Was müssen die Vögel? Und das soll die Herrscherwasser sein? Die fetten Blöden schwimmen da im Reifen umher und freuen sich, dass sie nass werden. Und freuen sich, dass die Krokodile eine grobe auf die Wand sind. Jetzt kommt der Höhepunkt, der Höhepunkt warst. Das war's für heute. Ach, was. Das war's für heute. Das war's für heute. Die andere Seite war dran, alles gut, André, wir sind sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher.